Äh, harte Probe. So, ja ne, das ist die, die ich ja schon hab. Die hast du schon? Ne, warte, ne, die harte Probe hab ich noch nicht. Ich mach ne Nebenquest grad. Ja. Das die äh, mit dem Gift... Dingsbums. Die könntest du eigentlich auch mit mir gleich machen. Wenn du die, äh, Udas Tempel gruft. Ich bin grad an dir vorbeigelaufen. Du... Was hast du für ne Mütze auf? Alles klar. Ich hab in dem Spiel alles gesehen. Ein Clown, ne Kapitänsmütze. Einfach alles. Wo war der Luftstrudel? Da hinten. Ihr habt halt einfach Langeweile. Äh, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ähm... Hilfe. Wo gab's die Hilfe nochmal? Schmini, Hilfe. Äh, fliegen. Jaaa... Instanzen, Makro, Welt, Quest, Fertigkeiten. Inventar, Ereignis, Kubus, Kanalwechsel, Community, Kundendienst. Heldenprüfung. Hilfe. 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 Grundlegende Steuerung. Flugmodus. Fliegen ist hier nicht möglich. Fliegen ist hier nicht möglich. Nein. Also ja. Ich seh dich nicht einmal. Ich steh hier an der Luftröhre, wo wir losfliegen mussten. Mann. Aber es gibt... Ein pinker Tiger. Ein pinker Tiger. Was? Ich hab'n pinken Tiger. Wer macht'n dort die ganzen... Wer hat'n jetzt den eh'n riesen, äh, Dings voller Smites gemacht, oder? Das war crazy. Schreib's mal bitte, dass... Äh... Ne, warte, das mach' ich dann. Ich ermahne die dann selber. Also als Moderatoren müssten die das wissen, ey. Trotzdem Menü. Hilfe. Für was müssen wir das jetzt machen? Ähm... Für ne blaue Quest betrete das, wo das Tempel kruft. Ich lauf'. Boah... Ich... Wo läufst'n du hin? Wir müssen hier hoch, wo ich bin. Ja, ich... Also... Einmal als Alex könnt ihr nur die Richtung wechseln oder sinken. Während des Grenzes drückt und gleiten die Taste W, oder? Ja gut, dann müssen wir zur Seite... Gleiten. Soll ich hier auf dich warten? Äh... Ich flieg mal vor. Ja! 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 Ich hab's und werd' instant eingegriffen! Diese Mist gebohrt'n! Ja, wo ich die ganze Zeit stand. Da ist die Luftrohre, mit der du dann hierher kommst. Wo ist die? Die siehst du in der Luft... Wo? Äh... Warte... Kann man das irgendwie markieren? Äh, drück' mal M. Da siehst du diese blaue Rohre, die an mir vorbei geht. Und zu der musst du bei... Wildnis von Marias. Kann man hier nicht irgendwie einen Wegpunkt setzen? Oh, Cassie... Ist... Wie dein Hund. Ja, schon immer so. Das war doch schon immer so. Die müsste man mal an die Leine nehmen. Nein! 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 Ich bin runtergelaufen! Ich hab grad so hart verkackt, die Scheiße. Ich teleportier mich mal kurz zu dir. Ja! Wo bist du? Ja, muss ja jetzt öffne Frage. Hä? Tyrox, wo bist du? Ich weiß es nicht. Du bist auf jeden Fall nicht mal bei mir auf der Karte zu sehen. Äh, ich seh dich allgemein gar nicht auf der Map. Doch, dort. Jetzt bist du bei Außenposten. Und jetzt siehst du mich doch, wo ich bin. Wenn du N drückst. Oder M. Und da musst du hin. Da ist dann die Luftrohre. Das ist halt übelst schwer in der Luftrohre. Äh, vorher rauszudingsen oder was? Ja. Weil ich hab's gerade so auf die Plattform geschafft, wo wir hin müssen. Es ist scheiße, dass man sich halt nie zur Person teleportieren kann. So, und jetzt ohne runter zu rennen hier. Das ist das falsche Ziel. Äh. 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 Ich glaube, ich hab's verkackt. Äh. Äh. Ich glaube ich auch. Hier ist gar kein Krufteingang. Hier oben steht einfach bloß irgendeine Solowakisme. Peter, Peter, Peter. Äh. 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 Mir wird das hier unten angezeigt. Aber da unten ist halt einfach nichts. Äh. 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 Da bist du. Pink Panther. Hier unten wird mir die Kruft angezeigt. Äh. Äh. Ich dachte, die wäre halt da oben bei den Hochpassruinen. Aber da ist keine Kruft. Äh. Da steht noch eine Trulla und so ein riesen Kesselgedöns. Äh. 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 Da hinten sind halt auch wieder Ruinen und alles. Und was ist das da hinten für eine Ruine? Also die ist das bestimmt, ne? Ike, ich werde schon wieder angegriffen. Ja, die sind doch easy. Ne, das ist das Südtor von Mare. Mare. Ja. Peter. Mareike. Ja. Oder Mareike. Ach, die schaffst du doch. Natürlich schaffe ich die Ruine. Bis jetzt. Ich bin nicht hier oben wieder. Warum bist du wieder da oben? Nee. Äh. Hier, du. Ich bin hier noch hochgelaufen. Ganz normal. Weil hier wird mir halt der Höhleneingang angezeigt. Genau. Hier. Jetzt stehe ich direkt am Höhleneingang. Oben ist nichts. Unten ist auch nichts. Hä? Kann das sein, dass das vielleicht ein bisschen buggy ist? Nein. Hier ist auch nichts. Äh, ja. Gut. Irgendwo muss es da reingehen. Dann kommt der nicht mal hier bei den Bäumen hoch. Du wurdest, wirst, äh, angegriffen. Oder? Ja. Nee. Man kann hier auch nicht wirklich irgendwas auswählen. Gehe zum Udas Tempel und kämpfe gegen die giftigen Lebewesen. Ja. Ey. Wenn es jetzt das ist, was ich vermute. Nee. Hier kann ich nur was sammeln. Dann ist es das nicht. Egal. Eik. Weißt, wo ich jetzt hingehe. Die nächste Quest machen. Die goldene. Ja. Die kann ich noch gar nicht machen. Was? Eine harte Probe. Diese fünf Drakan-Elite-Soldaten bekämpfen bestimmt. Die hab ich, die kann ich noch nicht. Die wird mir auch nicht angezeigt. Weil ich die noch nicht machen kann. Ach stimmt, du bist doch kein Level 55. Ja. Dann mach die Level 54er und ich gucke, ob ich hier noch irgendwas hinkriege. Hier sind alle. Hier sind alle. Hier hat sich auch nichts geöffnet. Gehe jetzt zum Udas Tempel und kämpfe gegen die giftigen Lebewesen. Aber wie? Hier. Nicht? Ist ein schwer zu finden der Ort. Ja, dass das schwer zu finden ist, ist mir mittlerweile klar. Wir sind alle wunderschön. Ich fliege da jetzt nochmal hoch. Ach, vielleicht ist es ja doch dort. Ja, ja, das ist doch das. Ja, ja, ja. Ich bin im Interesse da. Und das ist nur noch der Ort. Und das ist nur noch der Ort. Ich guck auch nicht, dass das hier unten irgendwo ist. Ne, ist ja eine ganz andere Richtung. Also... Ich heiße Udo, was machst du so? Ich versuche immer noch diesen verkackten Höhleneingang zu finden. Hier sind Ruinen, ist aber auch kein Eingang. Haben wir irgendwas ins Inventar bekommen? Ne, hab ich nicht. Quest-Gegenstand, äh Sammelgegenstand nur für Asmodia, Kämpfer-Amulett. Ne, ich auch ne. Okay. Das ist jetzt echt ein bisschen... So, ich bin endlich über 25. Juhu, ich freu mich schon. Juhu. 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 Präzision um 500. Ja. Ich glaub dieser Kyuubinohu, der sucht den Eingang genauso wie wir. Und der ist ja Stufe 56, der sucht das halt auch. So, da. Ja. Ja.